Willkommen zurück, Leute! Kazooie! So, dann holen wir erstmal das letzte Puzzleteil von hier, hoffentlich. Ja. Ach, uns fehlt noch eine Honigwabe. Wo war denn die? Oh, das weiß ich doch gar nicht mehr. Da muss ich doch nochmal nachschauen. Für welche Lektion waren wir stehen geblieben? Ach ja, ich erinnere mich. Ah, okay. Warte, ich will alles wieder machen. Der, der, ne. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Wunderbar. Eine wahre Meisterleistung. Nehmt dieses einzigartige Schmuckstück. Wird das auch geschafft. Wuhu. Ach, bin ich froh. Alle Puzzleteile. Alle zehn. Ja. Ja. Okay, diese Aufnahmemecherchen. Ich glaube, das war jetzt falsch ausgesprochen. Aber egal, es geht nicht alles bei mir. Oh, ist ein voller Erfolg ab jetzt. Vorne, da ist, ähm, neunte Puzzleteil eingesackt. Gerade noch so. Aber wo ist denn das letzte Hund, äh, die letzte Honig? Oh, warte. Wie wäre. Oh, die erste. Jetzt hinten irgendwo was. Hm. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Autsch. Blödes. Kackding. Noten. Wo sind die? Wo sind die? Hm. Will ich aber auch nicht noch sehen, irgendwie. Nicht die Endaufnahme zumindest. Hm. Ich weiß schon zwar, wo es liegt jetzt gerade, aber... ...es wäre zu viel... ...gerascheln. Jetzt, Moment einmal. Ist ja drin vielleicht noch was. Tatsache! Ach, die schlückerten sind alle weg. Und wie komme ich da jetzt hin? Ah. Frage beantwortet. Hehehehe. Okay. Dann... ... ... wo ist das Puzzle-Bild nochmal war. Kann zwar schon mal ahnen, aber... Da hinten nämlich. Komm mal da hoch. Komm mal da hoch. Nee. Also muss ich jetzt nochmal zurück und die... ...Gummistiefel holen. Autsch. Das war so klar. Diese Welt war ja schon lang... ...also in der... ...zwischenwelt war ja schon langweilig. Was denn da ist? Ach, die blöde Hexe. Oder Fee. Au, danke... Mensch! Donkey Kong! Das ist bei mir Donkey Kong ganz einfach. Aber da ist ein Gummistiefel drin. Ich hoffe, die reichen bis nach hinten. Sonst sehe ich alt aus. Ja. Könnte knapp werden. Hä? Moment mal. Okay. Ach, doch nicht? Hä? Ist doch der Sinn, die ist die nächste Welt. Nee, wie war das? Ah! Ich dachte, es wäre die Wüste die nächste. Ey? Ich bin doch etwas überfragt. Hm. Wie geht's denn da hoch? So. Guck mal, das klingt kaputt. Ja. Eine Feder. Hä? Hä? Okay. Hm. Was war denn das für ein Loch? Ich bin doch... Da kommt er noch gar nicht mit den Kübels her. Da kommt er noch gar nicht mit den Kübels her. Bald der letzte Fond fällt. Für Statisten gibt es kein Geld. Ach, verdammt! Und... Aber ich glaube, die Stiefel halten es nicht so lange. Super. Ja. Äh... Äh... Hallo? Autsch! Na, kommst du dir her? Egal. Dann machen wir uns halt diese Welt auf. Ich dachte jetzt aber wirklich, da kommt die Wüste dran, nachdem. Hm. Komisch. Naja, was soll's? Gut. Da wäre das Puzzleteil. Aber da müssen wir von oben hereinstürzen und es geht erst, wenn wir auf dem Weg zur Wüste sind. Ich muss das jetzt warten erst mal. Na, springst du jetzt? Oh, mach danke. Komm bitte platt. Nimm gesehen. 260. Oh, wir haben 400. Wahnsinn. Ach, ist das Wahnsinn. Da. Da müssen wir dann irgendwas anderes noch aktivieren. Da geht das jetzt zur Wüste. Wenn sie offen wäre. Aber das ist ja nicht. Ist echt komisch. Ach, Mumberschädel. Kommst du her? Ich hab ein Pokon. Warte mal. Da ist doch. Ja. Ich bin so gut. Was haben wir da? Ah. Das könnte die Sprungplatte sein. Für da. Genau. Okay, wir können uns das Puzzleteil doch gleich holen. Ist das schön. Nein. Nein, da kommen wir mal her. Du. Plattformige Plattform. Wuhooo. Und, Schöp. Wow. Da- Luna-Tam-Tamm-Tamm-Tamm-Tamm-Tamm. Oh, er hat das gleich putelteile eingesordnet. Ist so nicht schlecht. Da ist ein Piranha da unten. Ich mag ihn nicht. Uuuuh. Und volle riesige Augen, ey. Ja, Benju. Cassuille war schon eine gute Spielreihe. Ich weiß mal nicht wie das neueste ist, weil ich es noch nie gespielt habe. Okay, das für den Gamba habe ich auch noch nie gespielt. Ich habe bloß der zum Benzertönig gespielt. Wie geht es jetzt da weiter? Da gibt es ja noch was. Oder ist es wieder das alte? Ach nee, das ist nicht die Gummistiefel. Ich werde mal zu wissen darüber kommen, weil er irgendwie Sand oder so ist. Und das tut ihm anscheinend weh. Aber wir müssen jetzt da weiter. Für die Welt. Für die Schneewelt. Die ist eigentlich ziemlich cool, die Schneewelt. Die ist jetzt wirklich cool. Yay. So, geht zur Schneewelt. Schauen wir mal, was da alles ist. Aber wir gehen das gleich nochmal auf. Einfach mal mit Eiern drauf schießen, das ist auch nicht schlecht. Mann, ich gucke das heute irgendwie total. Okay, wir haben schon einen Transporter dieser Art. Das ist wahrscheinlich der erste, wo wir aktiviert haben. Kann ich das mit die Eier aufnehmen? Genau. Ich schätze mal. Ja, genau, das kann man auch gleich öffnen. Das ist gleich gut. Dann würde ich sagen, ciao. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Meine Macht ist wohl geballt. Toadie wird bei mir noch alt. Okay, mit diesen Worten sage ich dann, bis zum nächsten Mal. Ciao. Uh-oh.